Um deine Videoaufnahme für die Persönlichkeitsanalyse zu erstellen, folge dem Link in der E-Mail-Einladung zu FingSimple Plus. Zur abschließenden Registrierung kannst du hier deine persönlichen Angaben vervollständigen. Um zu deinem Dashboard zu gelangen, wähle ein persönliches Passwort aus. Gerne kannst du dir unsere Willkommensnachricht in Ruhe durchlesen. In diesem Fall klicken wir auf Nicht mehr anzeigen. Klicke hier auf Mehr erfahren und danach auf Videointerview aufnehmen. In deinem Videointerview werden dir eine Reihe von Fragen gestellt. Die Fragen sind nicht kompliziert und du hast ausreichend Zeit, um sie zu beantworten. Hier hast du noch einmal die Möglichkeit, die Kamera genau auszurichten. Keine Sorge, das Video startet erst, wenn du auf Interview starten klickst. Für jede Frage hast du 30 Sekunden Zeit, sie zu beantworten. Und nach der letzten Frage kannst du die Aufnahme abschließen. Das Video wird automatisch hochgeladen. Unter Meine Videoaufnahmen kannst du den aktuellen Status deines Videos sehen. Sobald die Auswertung fertig ist, wirst du per E-Mail benachrichtigt. Und du kannst dir deine Ergebnisse in Ruhe anschauen. Hier findest du dein Eigenschaftsprofil, deinen Personality-Fit sowie die Auswertung der Emotionen in deiner Sprache. Für die Analyse verwenden wir das Big-Five-Modell mit den Faktoren Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurozismus. Unter Mehr erfahren findest du ergänzende Beschreibungen zu den einzelnen Faktoren. Weiter unten findest du die Auswertung von Emotionen deiner Sprache. Auch hier findest du Erläuterungen zu den einzelnen Emotionen. Du hast auch die Möglichkeit, dein Eigenschaftsprofil mit dem Sollprofil zu vergleichen. Wir hoffen, dieses Tutorial konnte dir weiterhelfen. Los geht's! Wir hoffen, dieses Tutorial mit dem Sollprofil zu vergleichen. Wir hoffen, dieses Tutorial mit dem Sollprofil zu vergleichen.